wieso sollte ich jetzt hier rüber ach so wegen dem schlüssel tach leute da sind wir der major junge phil und ich der alte phil grüßt euch jetzt werden wir hier in raft einmal rüber schwingen und reiner klick klack offen hier denke ich glaube wir müssen auf jeden fall hier durch 17 18 19 20 21 22 ok 22 das ging schnell alter okay ja nur ein weg gibt sie denke ich benutzen ich benutze das hier mal warum das verändert sich jetzt hier geht doch doch da kommt eine bahn angefahren gucke da benötigt zahnrad ok also da oben durch die tür würde ich sagen oder da hoch ich gehe mal hier entlang oh mein gott ok das ist ein jump and run ok ne da geh ich erstmal wir brauchen einen hammer einen hammer ja zahnrad und hammer brauchen wir hier entlang oh mein ne das mache ich nicht mit alter da unten sind die zahnräder ok ich glaube wir müssen da außen rum nein ich bin außerdem ins loch gesprungen hä was wenn man da ins netz fällt oh ok dann ist gar nichts ja dann kannst du hier hoch ok ok dann bist du wieder von vorne oh ok aber hier fällt man nicht ins netz hier muss man ja 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 und ich bin tot ich bin nicht tot hä wie wenig falsch haben alter nimm den netzkram bitte ja da gehen wir lieber nicht lang also ich muss kurz noch in den dings hier in den elevator ja ja ich probier es weiter bananen shake oh oh scheiße stunden später ok ich bin da sehr schön jump and run alter doch das alter wieder das dritte alter hilfe der dritte erwischt mich kann man da auf dem buch stehen bleiben ok ich bin durch ich bin durch alter wie hast du einfach einfach da auf springen und hier muss man crouchen wait wie soll man das schaffen ok ihr schafft ok ok das geht auch öl öl ok lass das so und jetzt da drüber ach du heilige scheiße oh okey okey wieso haben die das ganz zum glück musst du nicht mehr sonst wie weit ok 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 ich bin schon echt weit Alter Okay, geschafft Okay, okay, okay Nein Da ist der nächste Rad Hä? Hä? Okay, muss nach da drüben Oh, wie Lara kauft hier, ey Und da rüber Okay, hier bin ich jetzt safe Okay, ich bin hier Okay, das ist, Alter, das ist der Jumpen Ich hab den Hammer Okay, muss ich noch dazu kommen? Ähm, passt jetzt den Hammer Geh zurück und klopp das Schloss auf Und ja, geh zurück Geh einfach nur zurück Ich bleib lieber hier Obwohl ich eigentlich auch so Rückgehend lücke Egal Erstmal, gehst du noch weiter? Jaja, da brauchen wir wieder Zahnräder Äh, nur da, das mit dem Nee, du bist falsch Das mit dem Hammer auszumachen Das Schloss ist aufgenommen Das ist oben Und dann kannst du da die Zahnräder holen Und Kannst hier rüber kommen Und dann wieder die restlichen Zahnräder Hier für den Fall Ich werde nur sagen, das will ich nur mal sehen Alter Ist da wer? Verlass dieses Ja Irgendein Typ Weiß ich Nö Du pisst dich So ein militanter Militär So und jetzt? Was soll ich jetzt? Da unten sind Zahnräder Soll ich die holen? Ja, die Zahnräder holst du? Besteht nämlich 1, 2 und 3 oder so? Hol die Oder? Ja, da soll ich runterspringen Nee, hier ist ein Leiter Ich komm mal zu dir, okay? Passt schon Okay Ah ja, okay Ich hab hier wieder Kisten zum Okay Ich glaube, ich hätte hierher wieder kommen müssen Weil ich Hier Oder Ich glaube schon Ich glaube, ich muss hier den Hebel ziehen Damit du hier hochkommst Okay, ich hab jetzt Zahnrad Und da muss ich irgendwo anklemmen Alter, da muss ich irgendwo anklemmen Der Zahnrad Ja Hier Bei diesem Teil, was du benutzen kannst Für den Fahrstuhl Okay, ich komm hier aber nicht hoch Mit dem Zahnrad in der Hand Ach, die hat man in der Hand Okay, ja Hier ist so eine Hebebühne Da muss ich die Truff packen Ich komm mal zu dir Was ist hier hin? Oh, Alter Das heißt, wir müssen hier irgendwie jetzt Das Hier ist auch irgendwas mit 1, 2 und 3 Ich komm mal Ich komm mal Oh, Alter, das heißt er Ganz viel 3, 4, 2, 1, 2, 3 Ui, ui Ähm Aha, wo ist denn der Typ? Das ist weggerannt Oh Okay, benötigt Zahnrad Ein Zahnrad muss hier hoch Erstmal, damit was passiert So Auf dem Teil steht 1 Ah, hier ist noch eine Box Hier sind Boxen So, das heißt 1 Guck mal, siehst du hier irgendwo eine Box mit 1 oder so? 1 ist da unten 1 Okay 1 So, ich komm ja natürlich hier nicht hoch, ne? Ich bin jetzt bei Ah ja, 1 Benutzen Hä? Da steht ja benutzen Aber ich weiß jetzt, ich kann nichts benutzen Hier haben wir 1 und 3 Wird denn das unendlich viele Zahnräder? Hey, man kann mit dem Zahnrad gar nicht Springen Nee, nee, nee Du wolltest doch super oder sowas, ne? Hm, naja, ich bin aber gerade noch versorgt Ähm Also ich weiß gerade nicht, wie weiter hier Wieso schenkst du mir Überrasse? Die kannst du liegen lassen So, guck mal, hier steht eine 1 und eine 3 Hier diese Boxen hier, die weiß ich nicht Ach, die kann man ja Oh Oh Da ist 2 Oh 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 Ach, das sind unterschiedliche Gewichte Oh ja Autsch Warte, 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 warte So, warte, jetzt ist doch 1 ganz unten Ne, 3 ist ganz unten Das kann ich doch hier irgendwie ein Zahnrad draufpacken, oder? Oh, ne, sind noch nicht unendlich viele Zahnräder Kann ich hier ein Zahnrad draufpacken? Ne, 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 kannst du nicht, kannst du nicht Ach, ne Das ist so Ach so Das bist du ganz oben Hast du ein Zahnrad dabei? Ach, hier ist das 1 immer drauf Okay, warte Ah, okay, 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 okay Ähm Okay, die müssen, glaube ich, auf Wieso kann ich das nicht benutzen? Ich will hier die 4 benutzen Ja, dazu brauchst du aber auf der Seite erstmal Ein Gewicht Dazu muss ja von der Waage her das Ding da sein Ach so, ist ja auch Ah Oh, okay, ich verstehe es Mach das nochmal weg Mach das nochmal weg, Papa Die 3 unten Ich bin oben Ja, okay Mach ich es halt selber weg So, die 1 rutscht runter So, dann machen wir hier eine 2 drauf Dann machen wir hier eine 3 drauf Und jetzt? Wieso ist der nicht ganz unten? Weiß ich, der geht nicht tiefer Oh Du musst, glaube ich, ein Zahnrad drauflegen So, Zahnrad drauf Zahnrad hin Wieso ist das? Auf Das Zahnrad schwebt in der Luft Ja, ist egal Ach, das Zahnrad muss auf die 1 Auf den anderen Aufzug muss das Zahnrad Ja Ach so Ja, okay Also mach mal alles runter Dann Machst du das runter? Ich kriege nicht runter So Okay, ich habe eine Idee Okay, genau Jetzt müssen wir hier hoch Jumpen Um da das Zahnrad drauf zu legen So So Oder? Ja, ich habe ja das Zahnrad hier schon in der Hand Und es ist drauf So, welches Gewicht müsst ihr drauf packen? Okay, jetzt pack mal die 4 oben Ganz oben, ganz oben die 4 Okay, ne, ich glaube, das war zu hoch Warte, ich packe es schnell runter Auch zu hoch Ah, okay, warte, warte, warte Jetzt sind wir hier unten Dann Packen wir hier Die 2 drauf Die 1 drauf Und die 3 weg Und dann packen wir hier Die 3 weg Ist so niedrig Ja, ja, warte, warte Jetzt packen wir hier die 2 drauf Und die 1 weg Und jetzt sind wir Perfekt Ich mach halt, ich mach halt Er glüppt, er glüppt Poin So, und jetzt? Geht weiter, wa? Kann man mitnehmen? Oh mein Gott Wo, wo, wo? Du Arschloch Ich komme gleich hoch hier Ich hole dich Soll ich denen abschießen? Nein So Wir müssen auf 3 Tschüss Oh Hier kann man schon mal Zahnräder drauflegen Ja, mach Achso Äh, okay Dann müssen wir da Nach oben So, das fällt nämlich schon runter Naja, wo ist denn das? Ganz oben Nee Achso Ich packe mal Eine 6er drauf Mhm Okay, das ist zu schwer Ja, warte, 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 warte Oder? Kannst du da unten Irgendwas Tolles machen? Ja, genau Ich mache jetzt hier Einen 5er drauf Würde ich sagen Und nehme den 6er weg Ja, ich hätte hier auch Einen 5er drauf machen können So, wo sind wir? Hier Dann packen wir hier Einen 1er drauf Und packen den 6er weg Das war falsch Doch Dann packen wir hier Einen 4er? Ich hätte eigentlich Einen 4er jetzt drauf gemacht, oder? Ja, mach, mach Und den 1er weg Und dann hier Einen 2er Okay, jetzt hier den 3er Und den 2er weg Und wir sind da Easy Äh, wo muss denn das Zahnrad jetzt hin? Wo? Einfach mal hier entlang Da Hier 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 Ja Geil Okay, wir brauchen Hast du noch ein Zahnrad? Nö Ah ja, da unten liegt eins Wo? So, dann nehmen wir das Zahnrad jetzt mit Und packen wir das Und packen das Hier Irgendwie rein Hier drauf Nein, nein, nein Oh mein Gott Ich wollte noch drauf gehen Okay, warte Nee, du musstest hoch Und du musstest selber Wieder hoch laufen Nee Okay Ja, okay Dann müssen wir jetzt wieder Das Jumping machen Nee Doch Nein, es gibt doch hier Den einfachen Weg Welchen? Nein, gibt's nicht Doch, den hier Klar Okay, bin da durch Ich hab das Oh, noch ein Zahnrad? Oh, noch ein Zahnrad? Nee, glaub nicht Ich glaub, wir brauchen nur eins Wir brauchen noch eins Also ich Ich kann das ja so machen Ich geh rüber Guck, ob das reicht Und wenn das nicht reicht Dann kannst du ja Noch eins Mhm Raufpacken So, ich bin jetzt hier Ah ja Mein, ihr hättet auch Einen kurzen Weg nehmen können, ne? Wirklich kurz Einen Weg Du bist von der anderen Seite Verschlossen Echt jetzt? Nein Ich bin runtergeflogen Du willst mich doch verarschen Okay, hier gibt's aber Glaublich nen Checkpoint Alter, was soll ich das Mit ner Rezepte, ey? So, jetzt bin ich hier Und jetzt? Wo ist denn der Hingerand, der Typ? Hä, was machst du denn du jetzt? Ich weiß nicht Ich weiß gar nicht, wohin Ja, wir müssen zu dem Aufzug Wo ich war Zum Aufzug? Ja, da wo ist ein Zahnrad Gebraucht Ja, und denn? Du wirst doch noch nie mitfahren Doch, wir müssen dann Mit dem Aufzug fahren Oh, ich bin ernst Okay, ich bin da Nein, nein, nein Was machst du? Was ist das? Ich will doch Alter, ich will doch da mitfahren Du bist doch da schon drüben Ich brauch das Zahnrad Okay, jetzt Toll Okay, komm her Ja Ganz drüber Ja, Moment Du hast doch gesagt, dass du Dass man da nicht mitfahren kann Ja, du bist doch da mitgefahren, oder? Nein, ich hab das Jump'n'Run gerade gemacht Wie bist du da drüben hingekommen? Geh drauf, ich mach hier den Hebel Ich hab das Jump'n'Run gemacht Geht nicht Geh mal nach Vorne Vorne dran Einfach nur vorne dran gehen Geh einfach mal nur kurz vorne dran Es hat nicht Ne, ich kann da nicht Ich kann da nicht Geht nicht Oh ne, ey Ich will keinen Jump'n'Run Gibt's keinen einfachen Weg Da hinten hin Doch, komm mal her hier Komm mal zurück hier Hier ist doch ne Tür Die kann man von der anderen Seite Uffmachen Papa, ich will jetzt nicht Nochmal das Jump'n'Run machen Nein, da oben Wo oben Ah, da meinst du? Ne, aber da landest du Glaube ich woanders Warte, ich benutze einfach mal Den Aufzug, okay? Du gehst da vorne an die Ecke Vielleicht Vielleicht öffnet sich dann Wenn ich den Aufzug benutze Okay Ich versuche einfach mal Den Aufzug, okay? Okay Vielleicht öffnet sich dann Ein Weg Welcher Aufzug? Der hier ist Wo ich das Zahnrad Reingepackt hab Das ist ein Aufzug? Ja Alter Wie oft hab ich dir das schon gesagt? Da kann man runterfahren Nein, hoch Ja, da ist er Weil jetzt kann ich dir Glaube ich Einen Weg öffnen Ja, komm Komm hoch Komm hoch Hier ist ein Weg Ich hab dir hier einen Weg Genau, die Tür meinte ich Der Wahnsinn Eben Der Wahnsinn Dafür musste ich den Aufzug benutzen Sehr schön So, und jetzt? Jetzt will der Kissen zum Stapeln Oh Gott, ey Das ist ein Käfig Oh, ist ein Käfig Ja Unter anderem zum Stapeln Okay, nee Das war der Aufzug da Ah, wir müssen hier hoch, lol Wo hoch Ja, hier Bei den Kisten Welchen Kisten? Alter Ey, ist es Oh Ah, da ist er Was macht er jetzt? Hallo Weiß ich nicht Bedrohliche Musik Echt Echt jetzt? Oh Du schmeißt jetzt hier Aua Explosionszeugs Hä? Müssen wir ihn abschießen? Nö Was müssen wir machen? Weiß ich nicht Ich bin hier hinten Hier kann er mich nicht treffen Was zur Hölle? Ah, hier ist irgendwas Alter Was ist ein Psychopath? Soll ich den mal abschießen? Ich probier's Oh, er hat sich geduckt Aha Scheiße Die Tricksau So, ich bin hier auf dem Dach Noch höher Und jetzt Das ist der Olof Der Olof ist ein bisschen Beschüge im Kopf Ja, du müsstest bestimmt Kisten da vorne hin stapeln Und dann hochgehen Ah, okay Jaja Komm da Okay, doch Ich stapel schon mal eine Kiste Ja, ich komm grad nie raus hier Die brennt grad Ich stapel einfach mal Schon mal mehrere Kisten Übereinander Damit ich die dann Direkt wenn Der Brand weg ist Äh Alter Du Arschloch Okay, jetzt Jetzt hier sind ganz viele Kistenpower bei mir Ah, wo du wüsst Okay, das reicht Jetzt eine neue Ja, ja Kannst du machen Ich hol mal noch ein paar Kisten Von hier unten Ich stapel die einfach hier so Übereinander Dann können wir die direkt Wenn das Feuer weg ist Nehmen Oh, Hilfe Oh, jetzt, jetzt, jetzt Okay, ich kann nicht hauen Ich bin oben übrigens Kannst du nicht hauen? Äh Ja, warte Ich komm nicht nach oben Dann vor ihm Und dann Rückruf noch ein Schlüssel Und noch irgendwie Irgendeine andere Seilrutscher Habe ich gerade gekriegt Hä, aber er sagt nichts mehr Nö, er ist gerade durch die Tür abgehauen Er ist weg Ja, ja Oh, warte Ich muss jetzt Jetzt muss ich was trinken War ein bisschen warm Wie hart ist das? Okay So, ne Weiter geht es Okay Okay, wir brauchen einen Oh, wir haben den Schlüssel Ja, komm mal hier Ja, das ist eine Tür Okay, da sind Holy shit Die haben hier einfach Hygien Oh mein Gott Du bist runtergefallen Hilfe Was hast du gemacht? Ich habe nichts gemacht Du bist da gerade runtergefallen Das ist ein Loch, Alter Ich habe hier so eine Treppe gebaut Ja Okay Oh Oh, kacke Alter, brutzelt der Seine eigenen Fläscher So wie schon durch Ne, leider nicht So, warte mal Ist das nicht Die Axt kaputt Hier haben Zack Da Alter, es kommt eine neue Hygiene hier raus Aber Autsch Alter, drei Neue Hygiene So, und jetzt Okay, wo müssen wir hin? Also ich bin hier oben Vielleicht müssen wir einfach nur Da müssen wir es stapeln Okay, ja, da müssen wir es stapeln Okay Grillt er seine eigenen Viecher? Ne Die werden irgendwie nicht gegrillt Alter Oh Ich bin tot Alter Du musst mich zum Floß bringen Ne, warte mal Warte mal Ich muss einfach lange hier noch liegen bleiben Und dann geht das schon Also Leute Echt? Wenn es weitergeht Seht ihr einfach in der nächsten Folge Ob wir das hier schaffen und so Von daher sagen jetzt Der noch lebende Junge Phil Und ich Oh mein Gott Nicht ganz fitte Alter Phil Ciao, ciao Lasst doch gerne einen Daumen oben da Kommentare Und vor allem Tipps, Ideen und so weiter Ja, und ein Abo Würden wir uns sehr drüber freuen Also, ciao Tschüss Bis zum nächsten Mal